Nachhaltigkeit bedeutet für uns nachhaltige Bewirtschaftung unserer Flächen und aktive Begleitung von Maßnahmen zur ökologischen Energiegewinnung. Heimatbewahren heißt für uns unter anderem Unterstützung aller Ortsvereine, Organisationen und ehrenamtlichen Tätigkeiten. Wir machen uns stark für einen aktiven Dialog mit allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern jeder Altersgruppe. Wir gestalten die Zukunft für und mit euch und dazu gehört auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für junge Familien, Senioren, einheimische und finanziell schwächer gestellte Bewohner unserer Gemeinde. Wir freuen uns bei den kommenden Kommunalwahlen auf euer Kreuz für die CSU-Otterfim. Bis zum nächsten Mal.